Hier muss ich reißen. Zu tief, zu hoch. So. Hey. 1, 2, 3. Bonk. Bonk. Das war ja einfach. Synchron nenne ich was anderes, aber hat geklappt. Wollte sogar sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. Hat doch geklappt. Das ist ein Laser. Und da ist ein Würfel. Die Dinger kommen irgendwie näher. Ich weiß nicht, wie ich diese Test noch einfacher machen kann. Autsch. Es sah etwas schmerzhaft aus. Und ich habe gerade gesehen, wie man das macht. Also. Wie denn? Äh. Also du musst wieder da rein. Äh. Was? Ich muss da rein? Ja. Also mit dem Würfel. Das Ding. Das war schon richtig. Darum ist er. Darum ist er. Laser. Denken wir anmachen müssen. Ja. Zum Abschluss dieses Test. Mussten sich übrigens nicht vermeiden lassen. Nicht. Okay. Ach nicht. Ach halt doch die Fresse. Klar. Irgendwie treffe ich das nicht. Wieso treffe ich das nicht? Das ist nur die Sprungplatte. Hm. Achso. Darauf. Darauf muss der Laser. Achso. Oh. Äh. Warte. Ja. Ja. Warte mal. Ja. 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 Ich glaube, dass das dürfte funktionieren. Ja. Ich warte ein bisschen ab. Würde ich sagen. Und ich glaube. Danach. Was macht das? Ich glaube, du musst den Block da rein setzen. Ja. Und dann wieder zurückkommen. Und dann geht da nicht kaputt. Ja. Dann fahre ich nämlich nach oben. Ich muss hier bleiben. So beeil dich. Äh. Wo muss ich denn hin? Ähm. Au. Ich weiß nicht, wen ich lieber mag. Die Brecher, die euch zermalmen oder die Montageeinheit, die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werden könnt. Auch ich startiere wieder. Okay. Was konntest du da machen? Ich wurde nur nach oben gefahren. Warte mal, ich mach' ich mach' das mal. Kannst du da eins platzieren? Nee. Warte mal, ich sitz mal, ich war hier meine Portale hin. Aber ich glaube, ich weiß. Ich muss da runter springen. Da musst du jetzt hier rein. Da musst du hier rein springen. Aber ich weiß nicht, wo du raus bist. Ich nehme an, du musst da irgendwie hin oder so. Vielleicht hier. Ich denke mal, dass du... Ich denke mal, dass du da raus musst, damit du dann da ran pflegst. Ja. Okay. Dann mach' man das Ding für mich hoch. So hoch wie möglich. Ja, wer geht nicht? Au. Hat's geklappt? Aber ich bin auf der anderen Seite. Hm? Wait. Ich bin auf der anderen Seite, wo die Stachel gerade waren. Kannst du jetzt hier rüber? Ah. Das ist ausgestaltet. Wunderbar. 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 Hui. Sehr gut. Okay. Noch einmal, bitte. Ähm, Moment. Mach' mir doch bitte da ein Portal hin. falls da auf der anderen seite doch was ist jetzt nirgendwo ein portal ich glaube es ist ja schwachsinn hier ist nix hier ist nur die tür warte mal steuerlich mal dagegen vielleicht gleich zu blockieren schläufe ich noch mal dahin ich bin so in einer tür gestorben zu entschuldigung das ist unser würfel auf der anderen seite es gibt schlimmeres warte mal okay wo ist der würfel müssen dem würfeler gegen schleudern die würfel der würfel auf einer seite macht die tür auf über den würfel ich mache die tür auf meinen hintern jetzt ist mein würfeler gegen schleudern aber warte mal da muss ja trotzdem einer noch dahin aber dafür gibt es ja portal eingestellt ja weil wir ja nicht die schnellsten sind wir warten warten so warte durch mal an der tür ich habe da schon mal gemacht ich bringe dann darüber ist wohl eine auszeit von den offiziellen teststrecken angebracht ich bin ja schon wieder nach dem schnitt eigentlich können wir doch die folge jetzt länger machen kommen wir wissen jetzt weil wir sehen jetzt bei der letzten beim letzten test dieser welt kommen die machen jetzt auch noch 34 minuten ok ja komm die machen jetzt länger da war es auch dann für diesen dieses session reichen ich finde das ist ein guter abschluss wir haben jetzt kommt kann auch sein dass wir hier so ein test langweilig und wertlos dies ist ein experiment um herauszufinden wie viel denkzeit ihr für die wertlosen dokumente verschwendet die richtige antwort lautet 0 sekunden auch ganz gar nicht also da das würfel oder drinnen da drinnen ist mein schalter aktivieren aber also wir müssen irgendwie diesen diesen block dahin setzen also das ist unser ziel nur jetzt müssen wir noch irgendwie einen weg rüber finden müssen irgendwie versucht diesen schalter zu aktivieren mit etwas momentum klappt dann schon ja nur wir kriegen wir im moment auch ich habe das momentum gefunden glaube ich wo bist du hier achten was sie unten gerade wo ist also jetzt keine da oben geflogen ich mach mal das momentum ich habe jetzt gemacht ich habe da so ein portal ich habe eine portal mit dem anderen ersetzt ihr mein rotes ok jetzt muss ich irgendwie außer ich kann heute ich kann es hinsetzen heute ich kann aber okay ja ich muss aber halten und jetzt wo muss ich jetzt hin machen hat überhaupt das sitzt in den ventilator aus der gefecht aber jetzt wird das ich mal den ventilator auszuschalten ich bin da irgendwie durchkommen von da aus sind ob das funktioniert ich gehe mal rein ja ich schaue dazu okay ja irgendwie ich darüber kommen ja jetzt musst du doch da irgendwie rüber kommen fans shop down ich muss ja gar nicht jetzt stehen ich muss das ding nämlich festhalten habe ich darüber kann ja ich weiß es aber auch nicht nicht was zu tun ist ich kann auch nichts machen muss ich da ein portal öffnet sich im portal schließt sich ich sehe ich auch gar nicht mehr ehrlich gesagt ich weiß gar nicht wo du bist ich bin ja an der glasscheibe ich kann jetzt auch nichts mehr tun oder brauchen wir noch was weil ich glaube so wie es aussieht brauchen wir doch bald um den fern und den auszuschalten dann war mal die partner an sich dann ja siehst du das loch hier ja könnte es vielleicht sein dass es hier noch irgendwo ein ball gibt also nicht warum irgendwas muss ja da sein weil ich kann ja auch nichts machen ich kann ja nicht irgendjemand muss ja dann den ventilator ausstellen oder so ich schalte noch mal aus ich will mich hier noch mal umsehen das müssen sie genau da wo ich das ding rein schießt da kann es halt irgendwie an machen oder ausmachen oder so sieht nicht so aus ich habe scheiße nicht mal darüber macht du martin aus warte mal ich bringe ich jetzt mal darüber war zwei schalter kann man das hier irgendwie aus machen ich muss ja ein portal für dich machen okay ich weiß noch nicht welches kann kann ich nicht alle warte mal mach mal den ventilator aus ja ich nehme mal dann kann ich da irgendwas machen okay das muss ich irgendwo da ich doch irgendwo hier eins passieren kann ja gute frage warte das mache ich hier für dich geht ja gar nicht jetzt ja wieder so ein ding hat weg macht was ist das schwer ja also ich kann hier portale machen aber ich muss irgendwie eins für dich und ich kann ja nicht so hin weil ich hier überaus machte warte hast du eine idee und zwar ich habe ventilator aus ich muss noch mal zurück ja und zwar du machst mal ein dunkelblaues hierhin wohin da unten ja ja oder oder muss ich da machen ich habe jetzt immer ein bisschen gesetzt ich muss das machen weil wenn ich dich da rückschicken zurück schicke du mach mal irgendwo ein portal hierhin was einfach zu erreichen ist dann geht ja auch nicht mal das ist einfach zu erreichen ja aber wenn er darüber geschossen ist dann wird wieder abgestellt also ich habe jetzt schon auf der zunge liegt aber dann irgendwie nicht funktioniert da brauchen wir noch wir können auch keinen zweiten würfel holen würdest du für euch ein langer part können wir die treppen und nehmen offenbar kommen da kommt man einfach nur da wieder hoch ja ja jetzt einfach mal runter hier ist auch nirgendwo irgendwie ein hinweis das war alles in unseren eigenen fähigkeiten Audi schade die es gibt sicher nicht aber wir haben wir da kommen noch rein irgendwie und hat irgendwie was ne war von dir aus irgendwie was zu treffen dem ding warte mal nein wir müssen den portalen denken mein gott da kann es kein spazieren nein geht nicht aber irgendwie muss hat er muss da mein gott war hier dann ist man da hinschicken kann man dann ein nennen wenn sie irgendwas anderes mit dem laser machen habe ich sorgt und zwar jetzt auch keines mann warte mal ich setze mal hier ab ja wo kommt er raus da oben wir müssen irgendetwas anderes mit dem portal mal habe ich so er mit dem laser habe ich irgendwie muss das ding automatisch abgeschossen werden habe ich sorge für auch mal ist das kompliziert nirgends wo einer der hirn schießt oh mein gott gibt es noch nicht also ich dachte ich dachte das ist jetzt die lösung verwarte man da irgendwo war noch außen warte mal das hat mal so da muss man festhalten ich habe fest ja dass ich noch mal kurz darüber muss man also die noch auf die andere seite lassen ja wie macht man das noch mal ja du brauchst das momentum sind wir zwar vielleicht muss ich vielleicht auch kennen vielleicht musst du den laser nämlich weil das ja auch ein fenster aber näher da reicht auch nicht oder doch ich kann ihren portalen schicken du musst jetzt irgendwie den laser genau hatte ja ich habe jetzt irgendwie den laser dahin zu schießen auf dieses portal ja das hat irgendwie dahin zu schießen weil dann trifft er nämlich hinten auf der seite denn also der laser und ganz klein bisschen tiefer muss der ganz irgendwo ablecken ablegen ablecken ablegen ja und sind irgendwie so ablegen hatte aber da muss ein ganz klein bisschen die ich war noch tiefer geht nicht nein warte mal versuch mal ein portal ein bisschen niedriger zu machen geht das ja eine idee stimmt warte lasst du mal da also der laser geht gerade durch dein portal durch ja wo ist er jetzt kann das sehen von meiner perspektive das genau darüber ja so ein ganz klein bisschen und ich kann meine portale oder kann ich die hatte hast immer so vielleicht kriegt hat mit dem portalen und wir hin kann sein kannst eben mal ablegen den würfel legte mal ab ja gibt es doch nicht ganz leckte mal ab einfach nur ablegen ja ich habe ihn doch abgelegt hat müssen alle also das ding ja sich mit dem posten irgendwie schwer zu sehen denken wir von einfach irgendwo habe ich versucht damit den ich versuche da mit dem portalen so ein bisschen zu lenken ok also laut meiner ansicht geht es gerade durch den games portal hindurch naja warte lass mal alles was ein abgelegt also ich habe ihn abgelegt also am boden gelegt ja habe ich das gibt es doch jetzt nicht er kann doch nicht sein hat er so da gibt es nicht warum trifft er hat nicht da muss doch so gemacht werden kommt um auf die seite versucht macht vielleicht kriegst du hat hin muss ich erst mal warte mal ich lass mich mal kurz festen ja wenn das geht ja der leder macht mir keinen schaden der leder wollte kein schaden nach man muss ich nicht mal kurz von dem ventilator erledigen lassen nämlich ventilator gott nimmt kann locker in zwei parts eingeteilt werden jetzt ich habe mich bereit gemacht damit ich rüber komme na ja manchmal fertig so so wie es hat jetzt gemacht hat der da kommt ja es ist da irgendwo da muss ja jetzt die perfekte höhe sein jetzt hier noch mal mit dunkelblaus ja ja da hat sich gut angehört aber jetzt der ventilator aus jetzt der ventilator setzt aus das heißt du kommst jetzt rüber mein gott jawoll da komme ich gepflegt aber um gepflegt mein bester kommen gepflegt ok ok 321 los ok auflosen ja mal noch mal count down 221 mein gott mein gott jetzt beginnt das echte level in der disco nein wo ist diese blöde disk ich habe sie du not upload die schematics sehr gut ihr habt die wertlosen pläne gefunden ihr müsst hier bleiben damit ich sie sehen kann und nicht vergessen es gibt überhaupt keinen grund dass ihr sie euch anseht fertig ich habe nicht so genau in gewähren und ich mal zu ende geredet ja hey wir haben es geschafft wir sind mit welt 2 fertig noch relativ schnell wir sagen ich weiß nicht was ihr denkt man kommt man kann es gefällt mir nicht ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller teststrecken lassen ihr nehmt schlechte menschliche eigenschaften ok welt 3 ist da oben aber das sehen wir dann im nächsten part wieder dann mit dabei bis dann und ciao ehm ciao wabalibip ciao ciao Ciao!